Wir haben ein bisschen Munition. Ah, super. Ja, 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 ja. Jetzt kommt die damit wieder an. Ja, natürlich. Boah. Wo seid ihr? Ja, 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 ja. Töte sie. Aha. Fuck. Scheiße. Voll in die Falle gelaufen. Sehr clever gewesen, Exterior. Sehr clever. Das kriegen wir jetzt besser hin. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Ah. Fuck. Fuck, 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 fuck. Weg, 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 weg. Hey. Alter. Ist das euer Ernst? Immer schön in Deckung bleiben. Immer schön. Nein. Das überlebst du nicht. Kenner. Was ist da hinten? Die sind da hinten. Nein, 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 nein. Vergiss es. Mann. Lara. Bitte nicht sterben. Mein Gott. Nee, jetzt lass doch mal diese Scheiße da sein. Echt mal. War es das? Das sieht nicht gut aus. Oh, fuck, Mann. Der eine in der Rüstung, der gefällt mir gar nicht. Ey. 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 Fuck. 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 Mein Gott, jetzt können wir auch aus der Deckung raus, da hinten. Ey. Alter feige Sau. Muni alle. Ne. Nachladen. Fuck, Mann. Nein, nein, nein. Nein. Wieso überlebt er das? Es geht weiter. Nein. Wir haben es geschafft. Wo war denn der in deiner Rüstung? Ah, cool. Wir können die Schrot nachher upgraden. Ach. Es ist explodiert hier und er ist mit draufgegangen. Glücklicherweise. Ja, 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 ja. Ich weiß, das war jetzt nicht klug. Aber ich will hier alles mitnehmen, was geht. Okay. Ja, wie ihr auch schon gemerkt habt, wurden die Videos so ein bisschen überzogen. Aber das ist momentan so spannend hier und... Ach, das ist, ähm... Ich... Kämpfen sie sich einen Weg nach draußen. Also, wir müssen aus dem Palast raus. Ähm. Ja, ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen. Und ich hoffe auch, dass ihr spannend weiterguckt, weil es wird hier wirklich... Es ist exklusiv. Äh, exklusiv. Entschuldigung. Oh, die haben nichts anderes zu tun. Ah, fuck, 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 fuck. Als mich jetzt hier zu jagen. Ja, jetzt... Verbrenn noch mal. Ne, deine. Munition? Sehr gut. Die brauche ich nicht. Nein, laden, 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 laden. Alter, ist der C. Oh, da geht ja voll viel Muni drauf. Okay. Also, wir können nachher große Upgrades machen, wie ich es gerade sehe. Wir haben hier freie Bahn. Nein, haben wir nicht. Scheiße. Fuck. Na. Ah. Ah, jetzt kommt noch so einer von der Seite. Fuck, 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 fuck. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lauf. Oh Gott, ey. So, du bist schon mal weg. Und du kriegst einer auf die Fresse. So. Was ist denn noch einer? Alter, wo kommt ihr alle weg? Ich dachte, ihr wollt alle flüchten. Hallo, das Haus brennt. Oder dieser Tempel, wie auch immer. Ich dachte, die um ihr Leben bangen, äh, jagen die mich jetzt noch. Wie, 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 was geht jetzt hier weiter? Was ist, ich sehe kaum was. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, ich... Oh, fuck. Junge, ist das dein Ernst? Wie soll ich den denn da bitte kriegen? Lauf, 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 lauf. Lauf. Lass dich nicht treffen. Lass dich nicht treffen. Oh Gott. Ja, super. Granate. Mhm. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay. Klettern. Und weiter, 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 weiter. Deckung. Und jetzt, 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 jetzt. Woher weiß er, wo ich bin? Er sieht mich doch gar nicht. Muss ich denn jetzt von hier fliegen, oder was? Wirklich? Oh, fuck. Nein, komm schon. Oh, herzkasper hier. Oh, Lara. Was denn? Hä? Okay, habe ich da was nicht ganz was... Da habe ich das nicht verstanden. Ah! Dory, normal. Ey. Jetzt spring auf. Geht's noch mal ganz langsam, ja? Das war's mit dem Versteckspiel. Und wenn ich Pause machen muss. Jetzt bist du fenerliche. So, ja. Habe ich gedrückt. Und du... Boom. Okay. Die einfachsten Sachen kriegt Exterior nicht hin. Tut mir leid. Oh. 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 Lara. Du kleine, fiese Bastlerin, du. Granatenwerfer. Nice. Gefällt mir. Und ich glaube... Ja. Das hast du zu nett gesagt, Lara. Ich bin doch nicht alle! Cool. Nein, nein, nein. Nicht schon wieder. Ja. Oh, ich dachte schon. Das war nur ein Lichtteil. Ah, Lara. Boom. I like it. Nein, nein, nein. Oh. Fusser. Kann ich auch. Guck mal. Granate. Guck mal. Was macht die denn? Ich kann das sein. Deckung. Habe ich euch? Nein. Oh, gerade jetzt muss ich nachladen. Der ist ja voll zäh. Habe ich jetzt alle? Oh, da ist auch ein Lagerfeuer. Sehr gut. Ich kann hier alles einsammeln. Von dir schon? Nein. Okay. Dich habe ich auch noch nicht, oder? Doch. Granaten sind voll. Okay. Hier. Sonst wohl noch wohl... Was? Okay. Eine Pumpgun. Cool. Waffenmodifikation. Schützengranaten. Schützengranaten. Entschuldigung. Pumpgun. Okay. Pumpgun gemeistert. Okay. Was nehmen wir hier? Nehmen wir. Ach, haben wir schon. Ähm. Erfahrender Mörder. Schalten Sie Ihre Feinde. Okay. Wer nennen Sie den Kopf rüsten? Ah. Da kriege ich mehr IP von. Okay. Dann haben wir jetzt hier einiges auszurüsten. Sehr toll. Was haben wir jetzt hier? Was haben wir denn da? Laufmantel. Polster. Wann sieht man das? Keine Ahnung. Ähm. Äh, das machen wir. Magazin. Dann möchte ich noch die andere Waffe ein bisschen upgraden. Da haben wir alle. Was fehlt hier noch? Laufmantel. Okay. Klebeband. Ja, natürlich. Den hier mal mit. Nur damit wir ein bisschen mehr Munition haben. So. Ähm. Da oben lang. Okay. Ah, hier liegst du. Oh Gott, alles steht hier. Wow. Du musst jetzt hier nicht wirklich... Doch, musst du kriechen. Ob Lara wohl warm ist? Also ich gehe davon aus. Äh, ja. Okay. Was ist da? Weg weg von mir! Sam! Komm mit nur! Sam! Wir müssen dir helfen. Lauf! Oh Gott. Stoßen sie wieder zu Sam. Munition. Ach, wir müssen uns hier frei ballern. Wow. Sorry, Lara. Keine Absicht. Okay, ich denke mal, wir müssen hier Dauerballer los. Kriegst du das? Nein! Kannst du nicht ausweichen. Mal ranzoomen hier. Ah, komm raus, du Feigling. Ja. Ah, Kadisch. Hat das hier gemacht. Sehr gut. Was, 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 was? Ah! Das sind ja so viele. Ja, schön für dich, dass du verwundet bist. Du meinst, du kannst dich hier in diesen Rauch ranschleichen, ja? Vergiss es, Alter. Vergiss es. Du, 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 du. Du, 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 du. Wo sind denn da noch welche? Ich sehe kaum was hier. Zwei Granaten noch. Die schleifen sich hier alle ran, in der Hoffnung, dass ich die nicht sehe. Shit. Danke, du Pennard. Meine Granaten. Sehr schön. Ah! Vergiss es. Natürlich muss ich hier sein. Da ist sie. Schnappt sie euch. Okay, zurück. Nee, hier ist genug Feuer, danke. Mir ist auch schon ganz gut warm. Sieht es bei euch so aus? Soll ich auch mal euch mal so ein bisschen einheizen? Habt ihr Lust darauf? Da, hab ich auch. Guck mal. Hm. Du bist tot. Wer hätte das gedacht, nicht wahr? Ey. Wo bist du? Wo bist du? Da unten. Noch einer? Du hast es überlebt? Wirklich? Alter, bist du zäh. Ah, schon wieder eine. Die wollen alle Freifahrscheine hier. Harmonie. Langsam mal hier mal verpissen. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Ich mag diese Schütze nicht. Ist da bestimmt mal jetzt nicht ins Licht, oder? Fuck, fuck, fuck. Die Nachladen brauchen wir nicht. Wo ist das nächste, wo ich mich unterstellen kann? Da. Da. Wir müssen hier irgendwie raus. Ich bin nicht in die Reichweite. Ja, das machst du sehr schön. Gehen wir hier wieder rauf? Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Und einmal bitte ducken. Scheiße, hoch. Vergiss es, Penner. Mann, warum nicht? Ich bin noch nah genug. Komm. Komm. Schon. Zieh dich, ey. Los, spring, Lara. Das war sehr gut. Oh, wirklich. Fuck. Da kriegt mich er hier. Okay. Ich renne auf den Werfer, ja? Jawoll. Kabum. Du hältst mich nicht auf. Nichts hält mich auf. Lara. Lara, komm da rüber. Na los. Gott sei Dank. Lauf zu Roth. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Entkommen sie aus dem Lager der Solari. Bestimmt einfacher als gedacht. selection. Ister ? Nei Expl교enz. Novo. … … ruw …